Ja, der Trainer hat es uns gesagt, bevor es öffentlich geworden ist, damit wir es zuerst wissen. Und ich glaube, es ist schon ein gutes Zeichen an die Mannschaft, weil wir denken, der Trainer ist bestimmt auch, wie bestimmt Spieler von uns begehrt von anderen Vereinen. Und wenn er natürlich verlängert und sozusagen der Mannschaft zeigt, hey, ich will hier was aufbauen und ich plane hier was in den nächsten Jahren, dann ist es natürlich schon ein gutes Zeichen für die Spieler, die vielleicht doch zu bleiben oder auch für neue Spieler, die kommen wollen. Nein, nein.